Atemlos in den Knast, spür, was Geld hier mit dir macht. Mit rotem Kopf geht's hinein, der Würstchen Ulli jetzt ganz klein. Scheiße Stimmung, da seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir! Steuern hinterzogen, mehrere Millionen, jetzt ein Festvertrag in der JVA. Eine kleine Zelle darfst du dann bewohnen und da bist du dann der große Star.